von der unerschütterlichkeit des weisen von der unerschütterlichkeit des weisen von lucius arnaeus senica übersetzt von j moser eins es ist wohl nicht ohne grund mein serenus wenn ich behaupte es sei zwischen den stoikern und den übrigen philosophen derselbe unterschied wie zwischen männern und weibern da jede dieser beiden menschenklassen zum geselligen leben gleich wichtig der eine teil aber zum gehorchen der andere zum herrschen von natur bestimmt ist die übrigen philosophen sind wie hausärzte aus der dienerschaft welche die kranken körper bedächtlich und gelinde behandeln nicht auf dem besten und schnellsten wege sondern wie es eben angeht die stoiker einen männlichen weg einschlagend sorgen nicht dafür daß er denen die ihn betreten anmutig vorkomme sondern daß sie uns so schnell als möglich herausreißen und auf jenen erhabenen gipfel hinaufführen der so sehr außer aller schußweite liegt daß er über das schicksal emporragt der weg aber den wir ihnen nachgehen sollen ist steil und holperig wo kommt man auch ebenen pfades auf höhen doch ist er erst nicht so abschüssig als manche meinen zu anfang nur hat er steinblöcke und felsen und sieht ungangbar aus so wie manches aus der ferne betrachtet abgerissen und zusammengedrängt scheint da die ferne das auge täuscht kommt man sodann näher hinzu so stellt sich was die täuschung des blicks für eine masse gehalten allmählich als gangbarer dar und man findet am ende als eine sich allgemach erhebende höhe was aus der entfernung wie eine steile wand erschienen war als neulich von marcus cato die rede war äußertest du wie du denn keine unbilligkeit leiden kannst deine unzufriedenheit daß den kato sein zeitalter nicht genug zu schätzen gewußt daß es ihn der über allen pompeius und caesarn stehe unter leute wie vatinius gestellt hätte es schien dir unwürdig daß ihm weil er ein gesetz widerriet die toga auf öffentliche markte abgerissen worden und daß er von den schiffsschnäbeln bis zum bogen des fabius durch die hände einer aufrührerischen partei geschleppt erniedrigende reden verspeihung und was sonst eine tolle volksmenge für schmach antut zu ertragen gehabt hätte da habe ich erwidert der republik wegen solltest du aufgebracht sein die bald ein publius clodius bald ein vatinius und jeder heillose geselle verkaufte die von blinder leidenschaft umnebelt nicht einsehen daß sie indem sie jene verkaufen selbst verkauft werden für cato selbst sagt ich sollst du ganz unbekümmert sein denn keinem weisen könne weder ein unrecht noch eine schmach zugefügt werden an cato aber haben uns die unsterblichen götter ein unbestreitbareres muster von einem weisen manne gegeben als den vergangenen jahrhunderten an ulysses und herkules diese nämlich haben unsere stoiker für weise erklärt als keiner anstrengung erliegend verächter der wollust und überwinder jegliches schreckens cato hat nicht mit wilden tieren gerungen die zu erlegen sache des jägers ist und des menschen im rohen zustand auch hat er nicht ungetüme mit feuer und schwert verfolgt ist er ja doch auch nicht in ein zeitalter gefallen wo man glauben konnte der himmel ruhe auf den schultern eines einzigen denn man hat den alten aberglauben nun abgeschüttet und das jahrhundert ist zu hoher verständigkeit gelangt seine gegner waren der ehrgeiz dieses vielgestaltige übel und die ungemessene gier nach macht die der weltkreis unter drei menschen geteilt nicht sättigen konnte gegen die verderbnis eines ausartenden und durch seine eigene masse zu boden sinkenden staates ist er allein gestanden und hat die fallende republik noch gehalten soweit sie durch eine einzige hand zurückgezogen werden konnte bis er entweder weggerissen oder weggezogen sich dem lange aufgehaltenen einsturze zum begleiter gab und so miteinander erlosch was nach einem heiligen gesetz nie zu trennen war denn weder hat cato nach der freiheit gelebt noch die freiheit nach cato kannst du demnach glauben daß ihm ein unrecht geschehen konnte von dem volk indem es ihm die prätur entzog oder die toga abzog indem es dieses heilige haupt mit dem unrate des mundes besprützte der weise ist gesichert und es kann ihm weder ein unrecht noch eine schmach zugefügt werden 3. mir ist als sehe ich über diese behauptung dein gemüt entbrannt und aufbrausend gerade das ist's willst du mir zurufen was eure lehren in misskredit bringt du versprichst hohe dinge und die man nicht einmal wünschen geschweige denn glauben kann dann macht ihr ein gewaltig wesen mit worten aber während ihr saget der weise könne nicht arm sein leugnet ihr doch nicht dass es ihm hier und da an einem sklaven an einem kleid an einem dache an dem bissen brot mangle während ihr behauptet der weise sei nie ohne besinnung leugnet ihr doch nicht dass er auch in fieberträumen wohl tolles zeug rede und tue wozu ihn der krankheitsanfall treibe während ihr behauptet der weise sei nimmermehr ein sklave gebt ihr doch zu gleicher zeit zu es könne kommen dass er verkauft werde und tue was man ihn geheißen und seinem herrn knechtische dienste leiste so tragt ihr die stirne gar hoch und lasset euch doch in die nämlichen zustände herab wie die andern nur daß ihr den dingen andere namen gebt so ungefähr meine ich wird es wohl auch bei dem sein was dem ersten anblick nach so schön und herrlich ist nämlich daß der weise weder ein unrecht noch eine schmach erleiden werde es ist aber ein großer unterschied ob du den weisen über das gefühl des unrechts hinaufstellst oder über die möglichkeit beleidigt zu werden behauptest du nämlich er werde es mit fassung ertragen so hat er damit keinen freibrief es kommt ihm dadurch nichts zu was nicht alle haben könnten und was sich durch das anhaltende ertragen der beleidigungen von selbst lernt geduld wenn du einmal die behauptung aufstellst dem weisen werde kein unrecht zugefügt werden das heißt es werde keiner ihm ein solches zuzufügen versuchen dann laß ich alles liegen und stehen und werde ein stoiker gut ich habe allerdings den weisen nicht nur mit eingebildeter ehre von redensarten auszuschmücken im sinne sondern ihn so zu stellen daß keine beleidigung an ihn kommen kann wie also niemand wird sich an ihn machen niemand ihn antasten es ist nichts in der welt so heilig daß nicht einen frevler fände aber darum ist das göttliche nicht minder erhaben wenn es leute gibt die nach einer sie weit überragenden größe obwohl sie dieselbe nicht treffen können dennoch zielen unverwundbar ist nicht das wogegen kein schlag geschieht sondern was nicht verletzt wird das ist das kennzeichen das ich dir für den weisen gebe und ist's denn nicht klar daß das eine zuverlässigere stärke ist wenn man nicht überwunden als wenn man nicht angegriffen wird da unerprobte kraft zweifelhaft ist und mit recht diejenige festigkeit für die sicherste gilt an der alle angriffe abprellen so denke daß der weise viel besser daran sei wenn ihm beeinträchtigung komme sie woher sie wolle nicht schadet als wenn sie gar nicht vorfällt so nenne ich den einen helden den kriege nicht unter jochen noch anrückende feindes macht schreckt nicht den der unter tatenlosen völkern in gewöhnlicher friedensruhe hinlebt in diesem sinne also behaupte ich der weise sei keiner beeinträchtigung unterworfen es liegt demnach nichts daran wie viele geschosse gegen ihn geschleudert werden ist er ja doch fest gegen alle gleich wie gewisse steine eine unüberwindliche härte gegen stahl und eisen haben und der diamant nicht geschnitten noch zerhauen noch abgerieben werden kann sondern alles was ihn anpacken will freiweg abstumpft gleich wie manches durch feuer nicht verzehrt werden kann sondern von flammen umlodert keine starre natur und gestalt behält gleich wie an der in die see geworfenen klippe sich die meereswogen brechen und sie so viele jahrhunderte von den fluten gepeitscht auch nicht eine spur all jenes tobens sehen läßt so ist das weisen seele fest und hat doch so viel stärke gesammelt dass sie vor beeinträchtigung so sicher ist als die erwähnten dinge wie also wird keiner sein der dem weisen eine beleidigung anzutun versuchte wohl aber sie wird nicht an ihn reichen denn er ist durch eine zu große kluft von der berührung dessen was unter ihm steht getrennt als dass irgendeine schädliche gewalt ihre kraft bis an ihn bringen könnte auch wenn gewaltige und machthaber und die so nach der unterworfenen einstimmigem urteil alles vermögen ihm zu schaden gedenken so werden alle ihre anläufe gerade so ehe sie an den weisen reichen ihre kraft verlieren wie das was mit sehne und geschütz in die höhe geschleudert wird wenn es auch über unsern blick hinauf schnellt doch wieder umwendet ohne den himmel erreicht zu haben wie meinst du denn als jener wahnwitzige könig durch die menge der pfeile das tageslicht verdunkelt hatte es sei ein einziger pfeil in die sonne geflogen oder er habe den neptun erreichen können da er ketten in die tiefe senkte wie das himmlische von menschenhänden nicht erreicht wird und von denen so die tempel zerstören oder die götterbilder im feuer schmelzen der gottheit nicht geschadet wird so ist was man gegen den weisen in frevel sinn in mutwillen und übermut beginnt vergeblich versucht besser wär's aber doch wenn niemand wäre der solches beginnen wollte da wünschest du etwas was bei der menschheit nicht wohl angeht enthaltung von allem unrecht und daß es nicht geschehe geht die an so es tun wollen nicht den der dadurch nicht leiden kann auch wenn es geschieht ja ich weiß nicht ob nicht die weisheit die kraft ihrer ruhe mehr offenbart unter feindseligen umgebungen sowie für den feldherrn der durch waffen und mannschaft kräftig ist das am meisten spricht wenn er auch in feindesland in gedeckter ruhe lebt machen wir mein serenus wenn es dir gefällt einen unterschied zwischen beleidigung durch taten und beleidigung durch worte die erstere ist ihrer natur nach schwerer die letztere leichter und nur dem zartgefühl empfindlich sofern dasselbe obwohl nicht verletzt dennoch aber angegriffen wird es ist jedoch die weichlichkeit und eitelkeit der gemüter so groß dass manche nichts für bittere halten so findet man wohl sklaven die lieber geißelhiebe als backenstreiche aushalten wollen und tot und schläge für erträglicher halten als schmähworte man ist so albern geworden dass man nicht nur durch schmerz sondern durch die vorstellung von schmerz gequält wird so wie kinder schon ein schatten in schrecken setzt und eine häßliche larve und ein verzerrtes gesicht ja tränen entlockt ihnen ein name den sie nicht hören mögen und ein wink mit dem finger und andere dinge wovor sie im anfall eines grundlosen wahnes zurückbeben 5 bei beleidigung ist die absicht einem ein übel zuzufügen ein übel aber kann die weisheit nicht treffen für sie gibt's nur ein übel die schande diese aber kann da nicht zutritt gewinnen wo tugend und ehre schon ist beleidigung reicht also nicht an den weisen wenn empfangene beleidigung ein erleiden irgendeines übels ist der weise aber kein übel leiden kann so erreicht den weisen keine beleidigung jede beleidigung ist verringerung des wohlseins dessen gegen den sie gerichtet ist und es kann keiner eine beleidigung erhalten ohne irgendverlust zu leiden an ehre oder körperlichem wohlsein oder äußerlichen dingen der weise aber kann nichts verlieren er hat alles in sich bewahrt er vertraut nichts dem glück an er ist mit seinen gütern gedeckt beschränkt auf tugend die des zufälligen nicht bedarf und eben darum kann er weder gewinnen noch verlieren was das höchste erreicht hat dafür gibt es keinen zuwachs das schicksal nimmt nichts was es nicht gegeben hat tugend wird nicht von ihm geschenkt so nimmt es auch nichts von ihr weg die ist frei unverletzlich unveränderlich unerschütterlich gegen zufälle verwahrt sie sich so dass sie nicht einmal gebeugt geschweige denn überwunden werden kann unter den zurüstungen alles schrecklichen wendet sie die augen nicht ab sie verändert die mine nicht man mag ihr hartes oder erfreuliches vorhalten darum wird der weise denn nichts verlieren dessen verlust ihm zu herzen ginge denn die tugend allein ist sein besitztum und aus dem kann er nicht vertrieben werden alles andere hat er als ob er es nicht eigen hätte wen aber sollte der verlust einer ihm nicht gehörigen sache kränken wenn nun das ihm zugefügte unrecht nichts von dem verletzen kann was des weisen eigentum ist weil es seiner natur nach unverwundbar ist so kann dem weisen keine beleidigung zugefügt werden demetrius mit dem beinamen poliozetes hatte megara erobert als von diesem der philosoph stilpo gefragt worden war ob er etwas verloren hätte erwiderte er nichts was mein ist ist alles bei mir und doch war sein vermögen als beute weggenommen worden und seine töchter hatte ihm der feind geraubt und seine vaterstadt war unter fremder herrschaft gekommen und jene frage richtete an ihn von einem erhabenen orte aus der könig umgeben von den waffen eines siegreichen heeres er aber entwand diesem den sieg und bewies daß er ob schon die stadt erobert war nicht nur unüberwunden sondern unbeschädigt sei hatte er doch in sich die wahren güter an die niemand hand anlegen kann das aber was zerstreut geraubt und weggerafft worden war achtete er nicht für sein eigentum sondern für zufallsgabe vom wink des schicksals abhängig darum hing sein herz nicht daran als ob es eigentum gewesen wäre denn der besitz alles dessen was von außen her zufließt ist schlüpfrig und unzuverlässig erwäge nun ob diesem ein dieb oder ein verleumder oder ein mächtiger nachbar oder ein reicher erblasser der die tyrannei des kinderlosen alters ausübt eine kränkung zufügen kann da ihm der krieg und der feind der ein meister im städte zertrümmern war nichts nehmen konnte unter ringsum blitzenden schwertern unter dem lärm plündernder krieger unter flammen und blutiger niederlage einer aufgeschreckten stadt unter dem krachen der über ihre götter einstürzenden tempel hatte der einzige mensch friede von der unerschütterlichkeit des weisen von lucius annaeus senica übersetzt von j moser diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz 6 halte es also nicht für ein keckes versprechen da ich dir so du mir nicht ganz glauben willst einen bürgen stellen will denn du glaubst es wohl kaum daß so viel stärke oder solche seelengröße bei einem menschen zu finden sein möchte wie aber wenn einer auftritt und sagt du darfst nicht zweifeln ob wer als mensch geboren ist sich über das menschliche erheben ob er schmerzenverluste geschwüre wunden und mächtig um ihn her tobenden aufruhr furchtlos mit ansehen und das elend mit gelassenheit und das glück mit mäßigung ertragen könne und weder jenem weichend noch auf dieses pochend unter allem wechsel stets derselbe bleibe und nichts für sein halte als sich selbst gerade dem teile seines wesens nach durch den er die höchsten vorzüge hat siehe ich bin da um euch zu beweisen daß unter jenem zertrümmerer so vieler städte durch die stöße des mauerbrechers wohl festungswerke wanken und hohe türme durch minen und verborgene gräben plötzlich zusammensinken und dämme wachsend sich gleich hohen bergen erheben daß aber keine maschinen erfunden werden können die ein gemüt mit fester grundlage zu erschüttern vermöchten eben noch bin ich aus dem schutt der häuser hervorgekrochen und unter ringsum leuchtendem brand durch blutströme hindurch den flammen entgangen in welches geschickes hand ob in eines noch schlimmern als die stadt meine töchter sind weiß ich nicht kinderlos in hohen jahren und nichts als feindliches um mich her erschauend versichre ich dennoch unangetastet und unversehrt sind meine schätze ich halte ich habe was ich eigenes hatte glaube nicht ich sei besiegt und du sieger gesiegt hat nur dein glück stern über den meinigen wo jenes hinfällige den besitzer wechselnde ist weiß ich nicht was mein eigentum betrifft so ist es bei mir und wird bei mir bleiben verloren haben nur jene reichen ihr erbgut nur jene wollüstlinge ihre buhlen und ihre nicht ohne aufopferung ihrer ehre geliebte dirnen nur jene ehrgeizigen ihre kurie ihr forum und die für die öffentliche ausübung ihrer niederträchtigkeit geschaffenen plätze nur die wucherer haben ihre schuldscheine verloren unter denen die habsucht in nichtiger freude sich reichtümer vorstellt ich für meine person habe alles unverletzt unberührt somit frage jene die da ein geheul ein jammergeschrei erhebend die entblößten körper ihrem gold zu lieb den gezückten schwertern darbieten und mit vollgefropften taschen den feinden entspringen so lasst ich denn überzeugen mein serenus dass jener vollkommene mann mit seiner fülle von göttlichen und menschlichen tugenden nichts verliere seine güter sind mit festen und unübersteiglichen bollwerken verschanzt nicht magst du damit babylons mauern vergleichen in welche alexander eindrang nicht karthagos oder numantias stadtwelle die eine und dieselbe hand eroberte nicht das kapitol oder die burg da sind spuren feindlicher fußtritte das was den weisen deckt ist sicher vor brand und sturm es bietet keinen eingang da hoch erhaben ist's nicht zu erstürmen göttergleich 7. du darfst nicht einwenden wie du pflegst dieser weise wie ich ihn schildere sei nirgendwo zu finden ich erdichte nicht ein eitles schaustück menschlicher geisteskraft ich entwerfe nicht ein gewaltiges wesenloses bild sondern wie ich ihn als wahrhaftig annehme so habe ich ihn dir vorgeführt und werde ihn vorführen selten das mag sein ist er zu finden und es mag manches menschenalter dazwischen verfließen denn das große ungewöhnliche und ungemeine tritt nicht oft hervor übrigens weiß ich nicht ob nicht gerade der kato von dessen erwähnung diese untersuchung ausging noch über diesem unserm musterbilde steht endlich aber muss das was verletzt stärker sein als was verletzt wird es ist jedoch die schlechtigkeit nicht stärker als die tugend folglich kann der weise nicht verletzt werden beleidigung gegen die guten wird einzig von den schlechten versucht die guten haben untereinander friede die schlechten sind's die den guten so verderblich sind als einander selbst kann nun bloß ein schwächerer verletzt werden und ist der schlechte schwächer als der gute so haben die guten keine beleidigung zu besorgen außer von einem der ihnen nicht gewachsen ist und so kann beleidigung dem weisen nichts anhaben denn darauf brauche ich dich nicht erst aufmerksam zu machen daß niemand gut ist als der weise wenn sokrates entgegnest du ungerechterweise verurteilt wurde so hat er ein unrecht erlitten hier müssen wir bedenken es könne sich fügen daß einer mir ein unrecht antut und ich es doch nicht erleide so wie wenn einer etwas aus meinem land gut entwendet hat und es in mein haus legt obwohl er den diebstahl begangen hat so habe doch ich nichts eingebüßt es kann auch einer schädlich werden obwohl er nicht schaden angerichtet hat wenn einer seinem weibe beiwohnt mit dem gedanken es sei die eines andern so ist er ein ehebrecher obgleich jene keine ehebrecherin ist es gibt mir einer gift allein durch die vermischung mit der speise hat es seine kraft verloren indem er jenes gift mir gab hat er ein verbrechen auf sich geladen obwohl er keinen schaden angerichtet hat ebenso ist einer ein straßenräuber wenn schon sein mordgewehr durch das kleid aufgehalten abgleitete jedes verbrechen ist schon ehe es ins werk gesetzt wird insofern vollendet als die volle schuld begründet ist manche dinge sind von der art und stehen in solchem wechselverhältnis dass das eine ohne das andere sein kann aber das andere nicht ohne das eine was ich damit meine will ich klar zu machen suchen ich kann die füße bewegen ohne dass ich laufe laufen aber kann ich nicht ohne die füße zu bewegen ich kann im wasser sein ohne zu schwimmen wenn ich aber schwimme muss ich notwendig im wasser sein so ungefähr ist's mit dem wovon die rede ist habe ich eine beleidigung empfangen so muss sie notwendig ausgeübt worden sein ist sie ausgeübt worden so ist's nicht notwendig daß ich sie empfangen habe es kann ja manches eintreten was die beleidigung nicht an mich kommen läßt wie ein zufall die aufgehobene hand sinken machen und den abgeschossenen pfeil abwenden kann so kann irgendein umstand beleidigungen seien sie welche sie wollen abtreiben und auffangen dass sie auf der einen seite verübt auf der anderen nicht empfangen worden sind 8. überdies kann die gerechtigkeit nichts ungerechtes erleiden denn gegensätze vereinigen sich nicht eine beleidigung kann aber nicht verübt werden außer auf ungerechte weise daher kann dem weisen keine beleidigung zugefügt werden wundere dich nicht wenn ihm niemand eine beleidigung zufügen kann es kann ihm auch niemand nützen dem weisen geht nichts ab was er wie ein geschenk bekommen könnte und der schlechte kann dem weisen nichts geben muss er's doch erst haben ehe er's geben kann er hat aber nichts was den weisen freuen könnte so es auf ihn übertragen würde niemand also kann dem weisen weder schaden noch nützen gleich wie die götter weder unterstützung brauchen noch verletzt werden können der weise aber reihete sich an die götter an und stehet ihnen zunächst ja er ist von der sterblichkeit abgesehen der gottheit ähnlich strebend und seinen lauf richtend nach dem erhabenen geordneten unerschütterlichen in gleichmäßiger ungehinderter bahn verlaufenden sichern wohltätigen wird er ein segen der welt sich und andern zum heil nichts niedriges wollen nichts beweinen weil er auf vernunft gestützt göttlichen sinnes durch die geschicke der menschheit hindurch wandelt es gibt nichts woher ihm beeinträchtigung zukommen könnte ich meine nicht nur von keinem menschen nein auch vom schicksal nicht das so oft es mit der tugend den kampf wagte nie ohne zu unterliegen davon kann wenn wir jene höchste idee über die keines gesetzes grimm keines wütenden tyrannen drohung hinaus kann und wo des schicksals macht sich fruchtlos in die brust wirft in die ruhige gelassene seele aufgenommen haben und wissen daß der tod kein übel sei und eben deshalb nicht einmal eine beeinträchtigung so werden wir viel leichter alles andere ertragen verlust schmerzen schmach verbannung kinderlosigkeit trennung drängte sich auch das alles zusammen um den weisen her es macht ihn nicht sinken geschweige denn daß die anfälle des einen oder andern ihm gram schafften und wenn ihn die beeinträchtigungen des schicksals nicht aus dem gleise bringen wie viel weniger die von gewaltigen menschen weiß er doch sie sind nur handlanger des schicksals 9 darum nimmt er alles so hin wie den frost des winters wie das ungestüm der witterung wie fieberhitze und krankheit und was sonst der zufall bringt er traut keinem so viel zu daß er dächte es habe derselbe sei es was es wolle mit überlegung getan die ist nur bei dem weisen alle andere haben nicht überlegte plane nur ränke hinterlist und wilde leidenschaften und diese verweist er in das gebiet der zufälle alles zufällige aber reicht mit seinem wüten und toben nicht bis zu uns er übersieht auch nicht welch ein weites feld für beeinträchtigungen sich in den fällen öffne durch die man uns in gefahren stürzen möchte wenn man zum beispiel einen ankläger gegen uns heimlich aufstellt oder falsche beschuldigungen vorbringt oder die leidenschaft der gewaltigen nicht selten ist auch der frevel dass man einem einen vorteil aus den händen ringt oder eine belohnung nach der man lange getrachtet oder dass einem eine mühsam gesuchte erbschaft weggefischt und die gunst eines einträglichen hauses entrissen wird davon hat der weise nichts zu besorgen denn er weiß nichts davon wie man entweder in hoffnung oder in furcht leben kann nimm nun noch dazu daß niemand beleidigungen erleidet ohne daß sie auf sein gemüt einen eindruck machten sondern sie empfinden und aus der ruhe kommen ist eins von dieser beunruhigung weiß er nichts der aufrechte stehende mann er der sich in seiner gewalt hat der mann der hohen stillen ruhe berührte ihn das unrecht so regte es ihn auch auf und wäre störend der weise aber ist ohne zorn der ja durch die vorstellung erlittenen unrechts erregt wird er könnte aber in keinem fall von zorn frei sein wenn er nicht von beleidigung frei wäre die ihn nach seiner überzeugung nicht treffen kann und deshalb ist er so ungebeugt und vergnügt deshalb von beständiger freude gehoben und bei allem anstoß von begebenheiten und von menschen so gar nicht beengt daß ihm selbst beeinträchtigung dienen muß sich selbst zu erproben und versuche mit seiner tugend anzustellen lass uns doch um des himmels willen dieser gesinnung nicht abhold sein und ein geneigtes ohr und herz schenken wenn der weise von beeinträchtigung ausgenommen wird es wird deshalb unserm mutwillen oder unsern raubsüchtigen begierden oder unserm blinden rücksichtslosen übermut kein abbruch getan ohne daß eure laster ausstürben erringt der weise solche freiheit es ist nicht gemeint daß es euch nicht mehr möglich wäre frevel auszuüben sondern daß jener den frevel frevel sein läßt und sich durch geduld und seelengröße deckt so haben in den heiligen wettkämpfen manche den sieg errungen dadurch daß sie in hartnäckiger geduld die hände der auf sie losschlagenden ermüdet haben so setze den weisen in die klasse derer die durch lange und treue übung es zu der stärke brachten daß sie jede feindliche gewalt aushalten und müde machen 10 den ersten teil haben wir nun vollendet und gehen zum zweiten über in welchem wir teils mit besondern meistens aber allgemeinen gründen es mit der beschimpfung abmachen wollen diese ist ein geringerer grad von unrecht worüber wir mehr nur unsere unzufriedenheit äußern als uns genugtuung verschaffen können wie denn auch die gesetze es nicht der mühe wert achteten eine strafe darauf zu setzen auf diese weise wird ein kleinlicher enger geist empfindlich über eine ehrenrührige handlung und äußerung es hat mich einer heute nicht vor sich gelassen da er doch die besuche anderer annahm er hat sich von meinen worten entweder stolz hinweg gewendet oder öffentlich darüber gelacht er hat mir nicht mitten auf dem sofa den platz angewiesen sondern ganz unten und was dergleichen mehr ist wie soll ich das anders nennen als grillen eines kränkelnden geistes wo rein hauptsächlich verzärtete schoßkinder des glücks verfallen wer mit etwas ärgerem zu schaffen hat findet keine zeit sich solches zu herzen zu nehmen weil sie zu viel ruhe haben werden seelen die von natur kraftlos und weibisch sind und aus mangel an wirklicher kränkung in üppigkeit verfallen durch solche dinge angeregt die hauptsächlich auf verkehrten ansichten beruhen wen beschimpfung kränkt der legt daher an den tag daß er weder klugheit noch selbstgefühl besitze ohne zweifel siehet er sich nämlich als verachtet an und dies gekränkte gefühl ist immer mit einer gewissen geistesschwäche verbunden da man sich selbst beugt und herabgibt der weise aber ist von keinem verachtet er ist sich seiner hoheit bewußt und er entsagt sich selbst nie dergestalt daß er einem andern so viel gewalt über sich einräumte und all jene ich will nicht sagen leiden des gemüts sondern unannehmlichkeiten er überwindet sie nicht nein er weiß nichts davon es gibt wohl andere dinge die den weisen treffen obwohl nicht umwerfen zum beispiel körperlicher schmerz und gebrechlichkeit auch verlust von freunden und kindern und das unglück der in kriegsflammen lodernden vaterstadt davon sage ich nicht der weise empfinde es nicht ich will ihm nicht die härte von stahl und stein zuschreiben das ist keine stärke wenn man erträgt was man nicht fühlt wie muß ichs nun also denken manche schläge treffen ihn aber haben sie ihn auch getroffen er verschmerzt sie macht sie wieder gut und unterdrückt sie aber diese kleinigkeiten empfindet er nicht einmal und gegen sie wendet er nicht die ihm zur natur gewordene kraft an womit er sonst hartes erträgt sondern er achtet entweder nicht darauf oder es dünkt ihm des lachens wert zudem weil verunglimpfungen meistens von stolzen und übermüthigen ausgehen und von menschen die das glück nicht wohl ertragen können so weiß er den ihm zugedachten angriff zurückzuweisen durch die allerherrlichste kraft eines gesunden verstandes und einer großartigen gesinnung darüber sei es von welcher art es wolle geht er hinweg wie über leere traumbilder und nächtliche fantasien ohne gehalt und wirklichkeit dabei denkt er sie stehen alle viel zu tief unter ihm als daß sie sich erdreisten könnten auf das was so viel erhabener ist verächtlich herabzublicken verächtliche behandlung hat ihren namen vom verachten weil jeder nur dem den er verachtet eine solche beleidigung antut niemand aber verachtet einen höhern oder bessern gesetzt er täte auch so was wie die die einen verachten denn auch kinder schlagen die eltern ins gesicht und die kleinen zerreißen und zerzausen der mutter die haare und besudeln sie mit speichel oder entblößen vor den hausgenossen was verdeckt sein sollte und erlauben sich garstige worte und dergleichen nennt niemand eine beschimpfung warum weil der von dem es ausgeht nicht verachten kann das ist auch der grund warum wir an dem witz unserer sklaven spaß finden der gegen die herren selbst anzüglich ist und ihre keckheit erlaubt sich dann erst etwas gegen die gäste wenn sie den anfang gegen den herrn gemacht hat je mehr einer verachtet ist und jedermanns nah desto ungebundener ist seine zunge dazu kauft man sich gerade die mutwilligsten bursche und steigert ihre unverschämtheit und übt sie darauf ein daß ihnen recht einstudiert ihre schimpfwörter vom munde fließen und das nennt niemand beschimpfung sondern witz und spaß von der unerschütterlichkeit des weisen von lucius annaeus senica übersetzt von j moser zwölf was ist aber doch das für ein unsinn das eine mal an einer sache seinen spaß zu haben das andere mal sich dadurch beleidigt zu fühlen und was ein freund sagt für schimpf zu nehmen was aber ein närrischer sklave spricht für drollige stichworte was wir von kindern denken das denkt der weise von allen die auch nach jugendblüte und grauen haaren kinder bleiben oder sind denn diejenigen wirklich älter geworden die an innern gebrechen leiden und an stets vergrößerten irrtümern und von kindern sich durch nichts unterscheiden als durch größe und gestalt des körpers im übrigen aber nicht minder schwankend und unfest sind nach vergnügungen haschend ohne auswahl zaghaft und höchstens aus furcht nicht durch vernunft ruhig es wird wohl niemand behaupten wollen es sei darum zwischen ihnen und den kindern ein unterschied weil diese nach würfeln und nüssen und pfennigen geizen jene aber nach gold und silber und städten weil diese unter sich obrigkeitliche ämter vorstellen und amtskleid fassen und das tribunal nachmachen jene aber im felde und auf dem forum und auf der kurie das spiel im ernste treiben diese am ufer aus zusammengehäuftem sand etwas wie häuser aufführen jene aber als ob sie etwas großes täten mit der auftürmung von steinmassen wänden und häusern beschäftigt was zum schutze für den körper erfunden ward in gefahr umwandeln so haben denn die jungen und die alten die gleiche torheit nur dass sie bei diesen sich anders gestaltet und ins große geht mit recht nimmt daher ihre beschimpfungen der weise für scherz an und nur manchmal zeigt er ihnen wie kindern den ernst und mahnt und straft sie nicht als hätte er eine beleidigung empfangen sondern weil sie eine solche ausgeübt haben und damit sie es nicht wieder tun so werden ja auch tiere mit schlägen gebändigt wir werden aber nicht böse auf sie wenn sie den reiter nicht leiden wollen sondern wir bändigen sie auf das der schmerz über den trotz herr werde so wirst du einsehen ist auch der einwurf den man uns macht beantwortet warum denn der weise wenn ihn doch unrecht und beschimpfung nicht berühre doch diejenigen bestrafe die es verübt haben es ist so er will nicht rache für sich sondern besserung für sie warum aber solltest du denn nicht glauben daß dem weisen diese festigkeit der seele zukomme da du bei andern doch das nämliche finden kannst nur nicht aus demselben grund wo wird denn wohl ein arzt auf einen wahnsinnigen böse wie wird er denn die schmähworte eines fieberkranken dem er das kalte wasser verboten hat übel nehmen so benimmt sich der weise gegen alle wie der arzt gegen seine kranken an denen er auch die schamteile wenn sie der heilung bedürfen zu berühren sich keineswegs weigert noch ihren stuhlgang und urin zu besichtigen noch ihre schmähworte auf sich zu nehmen wenn sie in wut toben es weiß der weise dass alle die so in verbrämter toga und im purpurkleid einhersteigen wie kräftig und blühend sie auch aussehen nicht so ganz gesund seien und er sieht sie nicht anders an denn als kranke die sich nicht halten daher wird er nicht einmal unwillig wenn sie in ihrem krankhaften zustande sich ungebärdig stellen gegen den arzt und gleich wie er ihre ehrenbezeugungen für nichts anschlägt so lassen ihn auch ihre verunglimpfungen wer er ist wie er sich nichts darauf einbildet wenn ihm ein bettler komplimente macht und es für keine beschimpfung hält wenn ihm ein mensch aus dem niedrigsten pöbel den gruß nicht erwidert so wird er sich auch dann nicht geehrt fühlen wenn ihm noch so viele reiche ihre verehrung bezeugen er weiß wohl daß sie nichts voraus haben vor bettlern ja noch beklagenswerter seien denn jene haben kleine sie aber große bedürfnisse so wird's ihn auch nicht rühren wenn an ihm auf seine ehrerbietige begrüßung hin der mederkönig oder der asiatische herrscher attalus ohne ein wort und mit anmaßender mine vorbeigeht er weiß daß seine lage eben so wenig beneidenswert sei als der stand dessen dem bei einer großen dienerschaft die sorge obliegt kranke und tolle in ordnung zu halten soll michs verdrießen wenn mir einer von denen den gruß nicht erwidert die neben dem kastorstempel lumpiges sklavengesindel kaufen und verkaufen und da ihr gewerbetreiben in buden die von elenden burschen wimmeln ich denke nein denn was hat denn ein mensch wohl gutes wenn er nichts unter sich hat als schlechte gesellen wie der weise eines solchen höflichkeit oder unhöflichkeit in keinen anschlag bringt so auch die eines königs nicht du hast unter dir meder und parther und baktrianer aber was für leute solche die du nur durch furcht in schranken halten kannst um deren willen du in steter spannung sein musst leute von der niedrigsten rasse feile seelen die froh sind wenn sie unter eine neue herrschaft zu stehen kommen darum wird denn also beschimpfung von wem sie auch komme keinen eindruck auf den weisen machen wohl sind sie untereinander verschieden er jedoch betrachtet sie alle als gleich weil einer ein tor ist wie der andere gäbe er sich einmal so weit herab dass entweder beleidigung oder beschimpfung einen eindruck auf ihn machte so könnte er nie mehr ohne sorgen sein Freiheit von sorge aber ist des weisen eigentümliches gut auch wird er sich nicht dazu verstehen durch rache wegen einer ihm zugefügten beschimpfung demjenigen der es tat einen beweis seiner achtung zu geben denn freilich wohl wäre es natürliche folge dass einer sich freuen würde sich von dem andern geachtet zu sehen wenn es ihm nicht gleichgültig wäre von demselben verachtet zu sein 14. bei manchen geht die tollheit so weit dass sie meinen von einem weibe können sie beschimpft werden was liegt doch daran wie reich sie ist wie viel sänftenträger sie hat wie schwere ohren gehänge welch geräumige polster so oder so sie ist ein geschöpf dem es an weisheit fehlt und wenn ihr nicht viel kenntnis und bildung zu teil wird ein wildes in leidenschaften unbändiges geschöpf manche nehmen es übel wenn sie vom haar künstler gezaust werden und rechnen für schimpf eines türstehers bedenklichkeiten eines anmelders grobheit eines kammerdieners vornehm tuende mine o wie sollte man doch über solche dinge lachen und welcher seligkeit sollte das gemütvoll sein wenn es von dem unruhigen treiben fremder torheiten hinweg auf seine ruhe schaut wie soll soll also der weise sich nicht den türen nähern die ein grober fachtner bewacht freilich wohl wenn eine dringende sache ruft wird ers schon versuchen und den herrn da sei er wie er wolle wie einen bissigen hund mit einem dargebotenen brocken kirre machen und wird sich's nicht verdrießen lassen etwas aufzuopfern um über die schwelle zu kommen bedenkend daß man ja auch so manchmal brückengeld erlegen müsse so gibt er denn jenem wer er auch sein mag der dieses besuchs zollrecht ausübt was feil ist kann er ja auch kaufen es verrät einen kleinlichen geist wenn einer sich darin gefällt dass er dem türsteher eine unerschrockene antwort gibt oder ihm den stab zerbricht oder zum herrn geht dass jenem das leder gegerbt werde wer sich da einlässt macht sich zum gegner und wenn er's auch durchsetzt hat er sich eben jenem gleichgestellt wenn aber der weise backenstreiche bekommt was wird er dann tun was cato tat als er ins gesicht geschlagen worden war er geriet nicht in zorn er rächte sich nicht für die beleidigung er verzieh sie nicht einmal sondern erklärte es sei ihm keine zugefügt worden das war größer dass er sie nicht anerkannte als wenn er sie verziehen hätte das braucht kein langes bedenken denn wer weiß nicht dass von dem was man für gut oder übel hält dem weisen nichts so vorkomme wie der menge es kümmert ihn nicht was die leute für eine schande oder für ein unglück halten er geht nicht die straße des großen haufens sondern gleich wie die gestirne eine der welt entgegengesetzte bahn wandeln so geht er einen andern weg als alle ihr wahn führt 15 fraget also nicht weiter ob denn der weise keine beleidigung erleide wenn er verwundet wenn ihm ein auge ausgerissen wird ob er keine beschimpfung erleide wenn ihn ruchlose schmähungen schändlicher menschen über das forum verfolgen wenn er an eines königes tafel unten am tische sitzen und mit den sklaven essen muß die zu entehrenden diensten bestimmt sind oder wenn er sich irgend etwas gefallen lassen muß was man nicht mehr etwa aus sind wenn man einem ehrliebenden gemüte weh tun will das alles mag es so viel oder so arg werden als es will ist in jedem fall dem wesen nach das nämliche rührt ihn das kleine nicht an so tut ihm auch das ärgere nichts rührt ihn wenig nicht an so tut ihm auch mehr nichts übrigens machet ihr den schluß von eurer schwachheit auf seine geistesgröße und nachdem ihr angeschlagen wie viel etwa ihr aushalten zu können meintet rückt ihr die duldungsfähigkeit des weisen etwas weiter hinauf ihm aber hat seine tugend in anderen weltgebieten den standpunkt angewiesen und er hat nichts mit euch gemein mag es daher wohl hart sein und noch so schwer zu erdulden also das ohr und auge sich davon abwendet es wird ihn auch die masse davon nicht überwältigen und er wird sich dem ganzen so gut wie dem einzelnen entgegenstellen wer behauptet das eine sei dem weisen erträglich das andere unerträglich und seelengröße innerhalb bestimmter grenzen setzt der ist irrig daran das schicksal ist herr über uns wenn es nicht ganz von uns besiegt wird nenne das nicht stoische unempfindlichkeit epikur den ihr zum schutzherrn eurer kraftlosigkeit annehmet und meinet seine lehren führen durchaus zur weichlichkeit zur tatenlosigkeit und zum vergnügen tut die äußerung selten tritt dem weisen das schicksal in den weg das ist fast einmal ein männliches wort warum aber nicht noch kräftiger sprechen und jenes ganz aus dem weg räumen siehe da die wohnung des weisen beschränkt ohne pracht ohne lärm ohne aufwand von pförtnern nicht bewacht die mit den leuten nach feiler laune verfahren aber über diese leere und nicht von türstehern besetzte schwelle kommt das schicksal nicht es weiß schon daß es da nichts zu tun habe wo ihm nichts gehört wenn schon epikur der auf den körper so viel hält beeinträchtigungen nicht alle macht lässt was kann dann bei uns unglaublich oder das maß der menschlichen natur überschreitend scheinen er behauptet beleidigungen seien für den weisen erträglich wir sagen es gebe für ihn gar keine 16. du kannst nicht einwenden das sei wieder die natur wir leugnen nicht dass es etwas unbequemes sei geschlagen und gestoßen zu werden und ein glied zu verlieren aber wir behaupten dass dies keine beeinträchtigung sei wir wollen nicht das gefühl der empfindlichkeit davon weg haben aber den namen der beeinträchtigung der kann nicht gelten solange die tugend nicht angegriffen ist laß sehen wer sich richtiger ausdrücke in hinsicht der verachtung der beleidigung sind einmal beide eins du fragst worin denn der unterschied bestehe es ist derselbe wie zwischen zwei recht tapfern fechtern von denen der eine den schmerz der wunde verbeißt und fest stehen bleibt der andere sich an das aufschreiende volk wendet und zu erkennen gibt es sei nichts und den kampf nicht unterbrochen werden läßt es ist nicht für bedeutend zu halten worin wir abweichen zu dem warum es sich handelt was wir einzig im auge behalten ermahnen beide beispiele nämlich beleidigungen zu verachten und was ich nur den schatten und gedanken von beleidigung nennen möchte beschimpfungen auf welche verächtlich herabzublicken gar nicht einmal ein weiser mann erfordert wird sondern nur einer der so viel besinnung hat daß er sich fragen kann geschieht mir dies verdienter oder unverdientermaßen ist's verdient so ist's nicht beschimpfung sondern ein urteilsspruch ist's unverdient so muss sich der schämen der unrecht tut und was ist's denn daß man beschimpfung nennt es sind scherzhafte bemerkungen gemacht worden über die schlechte form meines kopfes über meine kränkelnden augen über meine dünnen beine über meinen wuchs ist denn das ein schimpf wenn ich hören muß was in die augen fällt über manches wenn's nur in gegenwart eines einzigen gesagt wird lachen wir ist's vor mehreren gesagt so werden wir unwillig und räumen den andern nicht die freiheit ein über dinge zu reden die wir wohl gegen uns selbst auszusagen pflegen gemäßigte scherze belustigen uns wenn sie zu weit gehen werden wir böse von der unerschütterlichkeit des weisen von lucius arnaeus seneca übersetzt von j moser diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz siebzehn chrysippus erzählt es sei einer unwillig geworden weil ihn jemand einen seewidder genannt hatte im senat sah ich einst den fidus cornelius nasos schwiegersohn weinen da ihn corbulo einen federlosen strauß genannt hatte gegen andere schmähungen die seinen charakter und wandel angriffen hat er die mine nicht verzogen über jener albernheit traten ihm tränen ins auge so schwach sind die seelen wenn vernunft von ihnen weicht was macht es denn daß wir uns beleidigt fühlen wenn einer unsre sprache nachahmt oder unsern gang oder einen fehler an unserm körper oder an unserm sprachorgan nachahmt als ob es merklicher würde dadurch daß ein anderer es darstellt als wenn wir's selbst tun manche lassen sich nicht gerne ihr alter vorrücken und ihre grauen haare und was sonst doch jeder zu erreichen wünscht manchem tut der vorwurf der armut weh und er muss sie doch sich selbst gestanden haben sobald er sie zu verdecken sucht redest du aber von selbst und zuerst davon so ist den mutwilligen und feinen spöttern der stoff zum lachen genommen es wird keiner ein gegenstand des gelächters wer über sich selbst zu lachen findet man erzählt von vatinius einem menschen der zum gelächter und zur verabscheuung geboren war er sei ein schnurriger und witziger schalk gewesen er selbst spaßte viel über seine füße und seinen am kropf operierten hals so entzog er sich den witzeleien seiner feinde deren er doch mehr hatte als krankheiten und hauptsächlich denen des cicero konnte jener dies vermöge seiner frechen stirne er der durch unaufhörlich empfangene schmähungen alles ehrgefühl abzulegen gelernt hatte warum sollte es dann ein mann nicht können der durch edle studien und übung der weisheit es bis zu einer gewissen höhe gebracht hat und ist's ja doch überdies eine art von rache wenn man dem die wollust des schmähens entzieht der uns schmach zudachte da pflegten sie zu sagen o weh ich glaube er hat mich nicht verstanden so geben sie zu der erfolg der schmähung hänge davon ab dass der geschmähte sie empfinde und sich darüber ärgere endlich wird jener schon auch einmal seinen mann finden der dich auch herauszuhauen imstande ist 18. neben andern lastern an denen gaius caesar caligula so überreich war weiß man von ihm auch wie außerordentlich schmähsüchtig er war und jedem etwas ans bein zu geben wußte er der doch selbst so reichen stoff zum lachen darbot eine so abscheuliche blässe die zeugin seiner hirnwut so gräßlich verdrehte augen unter runzlichter stirne versteckt ein so mißgestalteter kahlkopf mit einigen erbettelten herrschen besetzt und obendrein sein mit borsten umwachsener nacken und die dürren schenkel und die unverhältnismäßigen füße wollte ich alles einzeln aufzählen wie dieser mensch gegen seine eltern und voreltern wie er gegen alle stände sein lästermaul erhob ich fände kein ende nur das will ich anführen was ihn ins verderben gestürzt hat unter seinen nächsten vertrauten war asiaticus valerius ein trotziger mann nicht wohl geeignet von irgend jemand etwas ehrenrühriges mit gelassenheit anzuhören diesen neckte er bei der tafel ja sogar in öffentlicher versammlung mit vernehmlichen worten daß seine frau im beischlafe nichts sonderliches wäre um des himmels willen das sollte der mann sich sagen lassen daß der fürst wissen so weit sollte die frechheit gestiegen sein daß der fürst ich will jetzt nicht an den gewesenen konsul nicht an das freundesverhältnis denken sondern nur an den gatten daß diesem der fürst nicht nur seinen ehebruch erzählt sondern auch wie er dadurch nicht befriedigt worden scheria der kriegstribun war ein mann nicht sonderlich redfertig von nicht lebhaftem organ und seine abgebrochene stimme machte ihn etwas verdächtig wenn dieser mann nach dem losungswort fragte gab ihm gaius bald das wort venus bald priapus den waffenmann bald so bald anders seiner kraftlosigkeit wegen verhönend das erlaubte sich der prunkvoll geschmückte pantoffelheld in seinem goldenen schmucke so zwang er ja jenen den degen zu ziehen damit jenes losungswort nicht noch öfter käme und er hat zuerst unter den verschwornen die hand aufgehoben er hat mit einem hieb den nacken mitten durchgehauen und dann erhoben sich freilich von allen seiten noch manche schwerter öffentliches oder besonderes unrecht zu rächen allein der war zuerst ein mann von dem man es am wenigsten gedacht hätte und dieser nämliche gaius sah alles als beschimpfung an und obwohl er sie zu ertragen nichts weniger als geduldig war wenn es galt beschimpfung anzutun war er sogleich bei der hand er war voll zorn auf herennius massor daß ihn derselbe nur gaius gegrüßt und einem hauptmanne der ersten kompanie ging es nicht ungeahndet hin daß er ihn kaligula genannt hatte so hieß er nämlich weil er im lager geboren und ein zögling der legionen und den soldaten unter keinem andern namen bekannter war aber freilich da er den coton angezogen war ihm kaligula ein schimpf und spottname wenn wir denn also gutmütig genug sind uns nicht selbst zu rächen so wird es uns zum troste gereichen dass doch einer kommen werde der den frechen übermütigen beleidiger zur strafe ziehe denn solche frevel zehren sich nie an einem einzigen menschen und in einer einzigen beschimpfung auf da gilt es auf die beispiele derer zu achten an denen wir die geduld preisen wie an sokrates der die vor dem volke aufgeführten und auf ihn gemünzten spöttereien der komödie auf die leichte seite nahm und ebenso darüber lachte als da er von seinem weibe der xantippe mit unreinem wasser begossen ward dem antisthenes rückte man vor daß er eine barbarin und tracierin zur mutter hätte und er erwiderte auch die mutter der götter sei vom ida 19 zank und streit muss man vermeiden davon muss man sich weit zurückziehen und sich um das was da etwa die unvernünftigen tun die sind's aber eben die es tun nicht bekümmern gegen ehrenbezeugungen und beleidigungen vom pöbel muß man gleichgültig sein und weder über diese sich betrüben noch über jene sich freuen sonst bleibt wohl manches sei es aus furcht oder aus abscheu vor beschimpfung ungetan und man entzieht sich der zuweilen sehr heilsamen dienstfertigkeit fürs gemeinwohl oder für einzelne aus weibischer besorgnis und zagheit man möchte etwas hören müssen was man nicht gerne hört ja zu zeiten möchte man auf die gewaltigen zürnend in unzeitigem freiheitss sinne seine gesinnung kundtun freiheit aber besteht nicht darin dass man sich nichts gefallen lässt da würde man sich irren das ist freiheit wenn man die seele dem unrecht entgegenstellt und sich also gestaltet dass man aus sich selbst alles heraus nimmt was vergnügen kann wenn man alles äußere von sich entfernt dass man kein unruhiges leben führt in furcht vor aller welt gelächter und geschwätz denn wie sollte nicht alle welt uns beschimpfung antun können wenn's einer kann übrigens hat der weise und der welcher nach weisheit strebt jeder ein anderes mittel zur hand den unvollendeten nämlich und denen die sich noch nach dem urteile der welt richten muss man zu bedenken geben dass sie unter beeinträchtigung und verunglimpfung einhergehen müssen alles ist minder schwer wenn man darauf gefasst ist je edler einer von geburt ist von namen und vermögen desto mannhafter mag er sich zeigen bedenkend dass im vordertreffen die höchsten glieder gestellt sind nehme er verunglimpfung schimpfworte schmähungen und was sonst ehrenrührig ist wie ein feindlich geschrei und fernfliegende geschosse und steine die ohne zu verwunden um die helme schwirren beleidigungen aber fange er wie wunden auf mögen sie nur die waffen oder mögen sie die brust treffen ohne wanken ohne von der stelle zu weichen magst du auch gedrückt und durch feindes gewalt in die enge getrieben werden zu weichen ist und bleibt eine schande und den posten zu behaupten ist weisung der natur du fragst was dies für ein posten sei der des mannes der weise hingegen hat ein anderes schutzmittel von ganz entgegengesetzter art ihr nämlich seid im kampfe begriffen ihm ist der sieg schon errungen seid nicht selbst gegen euer gut und bis ihr zum wahren gelanget nähret dieses hoffen in euren seelen harret freudig des bessern und strebet dahin mit zuversicht und sehnsucht daß es einen gibt den nichts besiegt daß es einen gibt gegen den das schicksal nichts vermag das liegt in der freien staatsverfassung der menschheit von der unerschütterlichkeit des weisen de constantia sapientis von lucius arnaeus senica übersetzt von j moser der unerschütterlichkeit des weises